Ja, was heißt Umwege? Ich seh das nicht ganz so. Also ich weiß... Alles sind nur, nur... Schatz hier. Ich stell grad die Kamera ein. Alles sind nur... Alles sind nur... Wie heißt das? So. Nur Umwege. Nur! Heißt das. Immer das sagen, so wie es sein soll. Aber damit du es mal weißt. Ich hab diese Leute, die die Wege gehen, die sie gehen müssen, schon zu Genüge kennengelernt. Und die strahlen und denen geht's gut, die haben gar keine Krankheit. Die haben mal Zahnschmerzen oder mal ein bisschen Kopfweh. Aber weiterhin nichts. Und denen fließt und läuft alles. Die haben kein Geld mann. Die haben Haus, die haben Garten, die haben Auto, die gehen Urlaub. Die haben Harmonie, bei denen gibt's keinen Streit. Und ich hab... Ich hab... Darf ich mal kurz... Ich hab gestern... Ich hab gestern schon zum Volker gesagt. Ich sag, Volker... Das Reden alleine nützt nichts. Das ist genauso, als wenn du die Hände faltest und die Kirche rennst. Das ist doch alles Quatsch, ist doch das kein... Und dann abgehst und deinem Nachbar auf das Aare hängst. Zum Beispiel. Willst du mal bitte hier den Vorhang? Hier, ich hab hier zwei Tassen in der Hand. So. So. Alter, hab ich doch gemacht. Hast du's jetzt? Ne, mach mal zu. Ganz so. Ne, das... Oh, lass so. Na gut. Ach so. Na gut. Ich mach mir dann Musik nachher. Bitte. So. Das ist... Das ist... Ja? Ich will nachher Musik kochen. Hä? Ich wollt nachher mal Musik kochen. Kannst du doch. Weil wenn du hier das Ding laufen lässt, weiß er nicht. Ach, ich wollte nur mal kurz spielen. Ach so. Dann... Ja. Nur kurz. Ja, dann ist ja gut. Der... Der PC hier, der geht zwar. Äh, was heißt geht? Ich quatsch bei Birnen. Der ist okay. Aber ich wollt ohne. Dass ich da hier groß Krawall mach. Doch. Nur mal so ausprobieren. Weil ich hab hier neue Seiten drauf. Und hab gestern schon mal probiert. Ja. Und was meinst du? Hört sich ganz anders an. Ja. Der Klang ist gleich wie Tag und Nacht. Ja. Die Seiten... Ach, der Hund bellt wieder. Der hört... Der hört mir immer zu. So. So ein Hundi, Hundi. So ein... Tag. Nicht Hund. Und da haben wir genug, Tassi. Ja. Warum um die Beine? Auf die Beine! Ja, Hundi. Bell ruhig. Immer Bell. Jetzt klatscht du ruhig. Wuh! 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 Danke! 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 Hehehehe. Danke! Kein Applaus! Okay! Okay. Nix? Jetzt! Jawohl! Applaus! Wunderschön! Wuhu! Ja, 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 ja! Kadean, Mopelauro! Ja! Blanca, siabuul! Kadean, Mopelauro! Kadean, Mopelauro! Kadean, Mopelauro! Ja, danke! Mal sehen, ob er das noch kennt. Oh, er kennt es aus alten Zeiten! Jawoll! Die Leute gucken, wo kommt die Musik her, wo kommt das Gebrille her, die lauter rum, guck, guck! Ohohoho, jetzt gefüllt! Jawoll! Musik Musik Ja, wo ist es dann? Wuhu! Ja, alles kaputt, alles kaputt, alles kaputt, ja, da ist alles kaputt, mein Wolle! Musik 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 Schatzi, der Regler, der Regler ist put und wenn ich hier dran drehe, Musik 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 So wird es sich ja ganz leise an. Einverstanden so. Okay so? Ich sag so, es ist gut. Gut, okay. Wunderbar! Okay, Pause. Kein Publikum da, kein Wunsch mehr da. Tja. Da setz ich es eben jetzt mal rein. Ja. Jo. Das kaputte Film. Da werde ich das jetzt mal rüberziehen, Schatzi. Ja. 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 Vielen Dank.